So, wie mache ich das jetzt? Das hier wird das letzte Video auf diesem Kanal. Denn nach knapp drei Jahren und etwas mehr als 100 Videos werden wir Warn und Sinn schweren Herzens beenden. Und in diesem Video verrate ich euch, was die Gründe für diese Entscheidung sind. Denn die Geschichte von Warn und Sinn beginnt eigentlich schon vor über zehn Jahren, als ich während meiner Oberstufe Jan kennengelernt habe. Die von euch, die schon ein bisschen länger hier dabei sind, die werden Jan kennen. Das ist der andere, der kamerascheue Mann hinter Warn und Sinn. Schon damals haben wir beide quasi nonstop im Internet und auf YouTube abgehangen und uns die meiste Zeit über so Sachen wie Geld und Wirtschaft unterhalten. Und seitdem haben wir in unregelmäßigen Abständen mal mehr und mal weniger ernsthaft über einen YouTube-Kanal über Wirtschaft nachgedacht, den wir beide cool finden können. Denn den gab's bis dahin einfach noch nicht. Und als wir dann Ende 2018 zusammen im Urlaub waren, ist das Ganze sehr viel konkreter geworden. Er hatte sowieso zu dem Zeitpunkt schon hauptberuflich Filme gemacht. Ich war in der Kommunikationsabteilung der GLS Bank und aus einer Bierlaune heraus haben wir unter dem Arbeitstitel Konsum und Konsorten das Konzept für diesen Kanal hier erarbeitet. Wirtschaft erklären ohne das ganze Gelaber, wie man möglichst schnell reich wird. Konzerne weder pauschal zu verteufeln, noch grundlos abzufeiern. Und dem Thema Wirtschaft dabei ein bisschen die Schwere nehmen, sodass mehr normale Menschen ohne Wirtschaftsabschluss sich mit der Materie beschäftigen können. Mit diesem Konzept sind wir dann damals zu meinen Vorgesetzten gegangen und haben unsere Idee gepitcht. Und weil die GLS Bank ja sowieso schon immer ein ernsthaftes Interesse hatte, die Finanzwelt zu verändern und über die herrschenden Zustände aufzuklären, hat sich meine mutige Chefin damals tatsächlich dafür entschieden, dass wir mit der Produktion starten konnten. Seitdem ist hier natürlich krass viel passiert. Wir haben mit 15.000 Abonnentinnen und euch allen da draußen tatsächlich sowas wie eine Community aufgebaut. Wir haben Preise gewonnen und für ein Video wurde uns sogar mit juristischen Konsequenzen gedroht. Was ich irgendwie auch ein bisschen cool finde. Und ich kann euch an der Stelle ja mal sagen, ich habe in der ganzen Zeit so krass viel gelernt. Einerseits natürlich inhaltlich, bei den ganzen Recherchen, aber auch darüber, wie YouTube funktioniert, über die Endlichkeit der eigenen Kräfte und natürlich darüber, wie nice es sein kann, mit einem motivierten Team zusammenzuarbeiten. An der Stelle Shoutout an Rico, Franzi und Johanna, ohne die Jan und ich dieses Projekt niemals hätten umsetzen können. Nur ist inzwischen leider klar, das Beste für das Format Wahn und Sinn ist nicht unbedingt auch gleichzeitig das Beste für die GLS Bank. Und andersrum. Egal, wie unabhängig wir während der Recherchen immer waren, solange im Impressum vom Kanal eine Bank steht, muss man sich ja zu Recht fragen lassen, ob wir unabhängig sind oder ob es sich nicht vielmehr um eine Werbeveranstaltung handelt. Und ihr wisst ja, ich sehe Marketing oft genug extrem kritisch. Aber wenn ein sozial-ökologisches Unternehmen wie die GLS Bank mehr Kundinnen und Mitglieder braucht, um mehr sozial-ökologische Projekte zu finanzieren, dann finde ich das irgendwie gerechtfertigt. Das ist gut für uns alle. Dazu kommt, dass ja andere große Banken hauptsächlich Bullshit machen und einfach nur viel Geld für Greenwashing ausgeben. Aber zu diesem Ziel, mehr Menschen zur GLS Bank zu bringen, hat Wahn und Sinn mit dem expliziten Bildungsauftrag halt nun einen relativ kleinen Beitrag geleistet. So ehrlich kann man sich jetzt an dieser Stelle schon mal machen. Jetzt gäbe es natürlich die Möglichkeit, einfach beides gleichzeitig irgendwie zu probieren. Ich könnte zum Beispiel am Anfang und am Ende von jedem Video meine Bankkarte in die Kamera halten. Einfach in der Hoffnung, dass dann mehr Menschen ihr Konto zur GLS Bank wechseln. Aber ganz ehrlich, so richtig passend hat sich das für mich nie angefühlt. Das wäre dann nämlich weder die beste Werbung für die GLS Bank, noch würde es die Unabhängigkeit von diesem Kanal hier unterstreichen. Am Ende würde sich das vielmehr nach einem faulen Kompromiss, und zwar in alle Richtungen, anfühlen. Und für mich persönlich hat das Ganze noch eine andere Komponente. Denn ich habe euch ja schon gesagt, die GLS Bank hat mich die ganze Zeit für Wahn und Sinn bezahlt. Es war also eigentlich offiziell immer nur mein Job. Gleichzeitig ist dieser Kanal natürlich für mich viel mehr als das. Es ist ein echtes Herzensprojekt. Und dass diese Kombi nicht nur Vorteile hat, sondern auch dazu führt, dass andere Dinge darunter leiden, das könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Nur geht Wahn und Sinn ohne die GLS Bank halt auch nicht. Denn die Recherchen zu den Videos sind meistens eher aufwendig und auch die ganze Produktion kostet ja Geld. Aber den Anspruch an die Videos zu senken, das kommt für uns auch nicht in Frage. Im Gegenteil, wir wollten eigentlich immer eher aufwendigere und längere Videos machen. Deshalb machen wir lieber einen klaren Schnitt. Und das hier wird das letzte Video auf dem Kanal Wahn und Sinn. Stattdessen werde ich all meine berufliche Energie in Zukunft darauf verwenden, mehr Menschen für die GLS Bank zu begeistern. Und das ist aus meiner Sicht ein sehr sinnvoller Job, wo ich richtig Bock drauf habe. Außerdem habe ich da im Hintergrund auch noch ein paar privaten Projekten gebastelt, für die ich auch mehr Zeit brauchen kann. Diese ganze Erklärung soll nicht davon ablenken, dass das natürlich verdammt traurig ist. Und zwar für mich und für das ganze Team hinter Wahn und Sinn und vielleicht für den einen oder die andere von euch ja auch. Aber es ist eben eine selbstbestimmte Entscheidung, die wir zwar schweren Herzens getroffen haben, aber von der wir überzeugt sind, dass sie am besten für uns und für die GLS Bank ist. Deshalb möchten wir uns bei dieser Gelegenheit noch einmal ganz herzlich bei euch allen bedanken, die ihr hier mitgeschaut und mit diskutiert habt. Es war mir wirklich immer ein Fest. Außerdem gebührt auch der GLS Bank Dank und der ein oder andere Kontoabschluss einfach, weil sie dieses Format Wahn und Sinn ermöglicht hat und über die ganzen letzten drei Jahre finanziert hat. Ich persönlich habe mir fest vorgenommen, endlich mal meine privaten Social Media Kanäle aktiv zu nutzen, denn das ist irgendwie in den letzten Jahren auch voll auf der Strecke geblieben. Wenn wir uns da wiedersehen, würde ich mich natürlich besonders freuen. Außerdem könnt ihr den Kanal hier auch einfach abonniert lassen, denn wer weiß, für den unwahrscheinlichen Fall, dass es jemals weitergehen sollte, würdet ihr davon zumindest erfahren. Wenn ihr aber lieber jetzt sofort weiter über Wirtschaft und Wirtschaftspolitik lernen wollt, dann schaut doch mal bei Maurice von Geld für die Welt vorbei. Der macht großartige Arbeit, außerdem lohnt sich natürlich auch immer ein Abstecher bei Jung und Naiv. Das war's eigentlich schon von meiner Seite. Ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann irgendwo wiedersehen. Bis dahin bleibt kritisch, passt euch auf und bis dahin. Ciao.